Damit wir Menschen so selbstverständliche Dinge wie telefonieren, chatten oder einen Film schauen können, darf eine ganz essentielle Zutat in solchen elektronischen Geräten hier auf keinen Fall fehlen. Und zwar müssen aus komplexen Metallkonzentraten, Altmetallen und Recyclingstoffen Metalle mit höchster Reinheit erzeugt werden. Der Verfahrenstechnologe spielt hier übrigens eine ganz besondere Rolle. Wenn du Lust hast, mit deiner Arbeit dazu beizutragen, dass wir auch zukünftig noch Instagram, TikTok und Co. auf unsere Smartphones nutzen können, dann check unbedingt mal die Firma Aorubis mit ihren 10 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen.